hallo und herzlich willkommen hier wieder bei let's play minecraft to get out der muss wieder mit unserem netten klub wir um das arten den arsch abzuwischen genau ab geht er der peter dabei hier ist natürlich ein bisschen ganz andere hier ganz andere voraussetzungen zu meiner linken kugel zu meiner linken kugel haben wir hier so ein live hangout so gestattet hier mit nylord und mr sascha lp modlina und natürlich adcrafter und meine wenigkeit und das ist natürlich alles ein bisschen ungewohnt aber genau wir haben uns mal geoutet ja ich sehe adcrafter ich nicht ich sehe ihn und wir sehen uns beide werfen uns küsschen zu und versauerte blicke und so aber das sollte euch ja nicht stören genau das sind alles die vorbereitung für unser nächstes projekt genau da haben wir hier ein kleines räumchen gemacht einfach nur um das mal zu gucken wie wir das am besten machen und zwar wollten wir ja eine automatische schmelzanlage machen genau da haben wir uns gedacht ein kleiner raum viel sinn wenig komm rein genau wenig komm rein aber damit man nicht immer oben am ofen stehen muss und die ganze scheiße reinschmeißen und einschmelzen und bla 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 wo sie juckt wo sie ich freue mich schon so auf facecam ja man die leute krext dich dann zu tode so ich nehme mal den ausgang in falsche richtung ja so ja dann wollen wir ich hab schon mal oben ein bisschen was vorbereitet aber auch nur einfach weil wir haben ja in der letzten folge angefangen die chipset zu machen ja dann hab ich schon mal hier so einfach basic logistik pipe ich fang mit n einfach mit gottrips jetzt ja klar so ich mach den induction ne machst du den induction dann mach ich mal äh und zwar brauchen wir ähm 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 äh mach doch nicht bloß nahe viel ich glaub es hat ey das ist so komisch ey Provider Provider pipe ähm äh normale oder mk2 ähm normale oder mk2 Provider einfach die normale Provider pipe das reicht oder ne 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 normale reicht Closedone dust bauen wir nicht viel was rumkacken ey nochmal Closedone dust Closedone dust wieviel hat man gesagt brauchen wir 6 gell 6 ja Provider 1 2 3 4 5 6 Sascha ist wieder am auszucken hier naja hier flippen sie total aus naja nein lord voll am durchdrehen voll die ja wir haben ja bei ihm eben auch mitgemacht so ein bisschen ja wir haben aber auch gedacht wir tun die muten weil das ja die drehen sie uns total an der Uhr genau äh Provider und Supplier brauchen wir Supplier Suppe Suppe haben wir da Lapis 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 mets Die sind die größten. Also ich denke mal, das mit Facecam wird das schon witzig werden. Ja, auf jeden Fall. Das wird dann schon wieder... Ich denke, das hebt auch die Stimmung und so weiter. Wir haben jetzt sechs Provider, drei Supplier und Basic Logistic Pipe habe ich einstecken. Jupp, ich bin dann bald mal, irgendwann mal auch so weit. Was sind Inductions, Melder? Was brauchen wir denn noch? Die Logistic Power Junction, gell? Genau, die kannst du auch nochmal hinhauen oder hinkacken, egal wie du willst. Logistic Power Junction. Folgende Chipsatzeisen, Redstone. Na, wirst du... Rausgehen halt, oh verdammte Kacke, du Erländige. Fäden da noch. Bissen. Invalen. Und Redstone. Redstone ist ganz schiel. Oh, ist das geil. Ja, so ein bisschen konntet ihr es ja vielleicht schon raushören, weil, ja, bald wird es uns beide, uns beide, yeah. Ja, uns beide, nur uns, ja. Voll konkret, mit Facecam geben. Ja, mit Facecam. Wir sind auch daran tüfteln, wie wir es schaffen, dass wir beide fressen auf ein Bild bekommen. Ja, vielleicht schaffen wir das auch noch, wäre echt super cool. Meine Internetleitung ist leider nicht so gut. Haben wir noch konjunktiv... Das ist einfach das Problem. Ich verkon... Ne, doch. Aber wir wollen beide auf jeden Fall Facecam machen. Facecam machen. Ja, haben... Wir gehen auch schon zu, dass wir so die... ...nötigen Utensilien dafür... Genau, Komponenten, Utensilien zu restriken. Hast du den Relay gemacht? Ne. Ich hab jetzt mal, äh... Hab den Power Junction auch gemacht. Ich hab Redstone Pipes mal. Redstone Pipes, ne, wenn ich dafür aushabe. Welche denn? Ja, die Konjunktiven, also die Energie Pipes, hab ich mal. Ach so, haben wir da noch genug von? Weiß nicht, ich hab... Wo hast du denn... Wo willst du denn da wegfahren, ey? Ja, von wo denn sonst? Ja, egal, Mama. Ja, wir können ja hier gerade rüberfahren, aber nicht zu Hause in die Ecke machen. Sparen wir uns wieder zwei Pipes. Alter, Sascha dreht voll am Rand. Echt? Ja, ich denke, die geben's über Licht, schau mal, ey, voll geil. Drinbleiben oder rausgehen? Ich gehe erst. Ja, die Bahnautos ist in der Weile. Ja, fast. So, mehr hab ich nicht. Aber wir müssen ja trotzdem noch eins runter, ist blöd. hier würde ich sagen, hau mal die Logistik-Port-Change hin, oder? ich seh grad nix die muss auf der Seite sein, ne, Seite muss die sein neben der Pipe kann nicht von oben laden, kann der Seite laden also hier hin ich baue noch ein paar Energie-Pipes da ja so warst du denn den Induction-Smelter? ach so, den hab ich in den Induction-Smelter ich komme hoch komme hoch, ich komme hoch ich kacke ihn ja mal rüber, voll eibernd hast du ne Relay bei mir auch noch? ne Relay habe ich noch nicht aber hab ich auf Start gedrückt? wir haben 0 und 0 und 1 0 und 1 haben wir, schau mal, 12 Uhr und 0 und 1 also 0 und 1 ich habe ein Hartnet-Glas ne, habe ich nicht Ironbar-Holz nur Ironbars wo haben wir ein? ach, wo haben wir noch Hartn-Glas? Hartn? ein Hartn, außer in deiner Hose, natürlich ja, den hättest du gerne ne, ich beneide dich nicht, nicht drum nur die Hartn kommen in Gang genau hallo wir haben ein bisschen Obsidian-Probleme da haben wir noch einen Hartn so, jetzt haben wir schon mal den Buffer da haben wir noch mit dem Transposer ähm, Transposer ähh da haben wir ein bisschen Stoff hm ein bisschen Stoff hier rein, hm Stoff hier rein Stoff hier rein das kann doch nicht wahr sein nee, überhaupt nicht ey, wir waren noch Silber, ey voll krass ja, ich bin ein Polet des Engagier Engagier Engagiert das ist auch so ein Wort, ey zum Kotzen, ey Engagiert hey, guck mal, Baby guck mal guck mal, Baby sagt er zu mir, ey was ist mit dem los, ey hey, Baby hey, Baby haben wir noch, äh, Pistons? ich pisse dich, Claire ja, haben wir noch was haben wir noch die haben falschen Tabel hier und was war noch? Red Doped Wafer haben wir die noch? was du, du Dopen, du, ey es geht gar nicht stopp die Doping-Versage ach, einen Red Doped Wafer haben wir noch hab ich gemacht, ey so, äh, wieso geht das jetzt nicht? hast du irgendwas falsch gemacht? Pappel Redstone eben war der da noch Redstone Top-Waver bin ich blöd, oder was? ja bist du eindeutig ach, ne der war hier ach, meine, meine, meine voll gegen die Klöpsche, ey Schau mal, Fädel voll gegen die Klöpsche, ey äh, pass nur auf, du voll in die Fresse, ey voll in die Fresse, ey voll in die Fresse, voll in die Fresse, voll in die Fresse alles falsch gemacht, was hab ich denn falsch gemacht? ey, du bist aber nicht ganz so bei der Sache, so wie ich, oder? auch ganz so nervös und zuck ich schon mit den Füßen und so sowas future hast euch jetzt mal die Pipes gemacht, ob Papp tener benutzt... ja... die sind schon am Spritzen, ne... am... den Händen, den in Dir Induktionsschmelzer Induktions Oben drauf packt man nämlich den Relay Verkackte Hände da, ey So, damit wir hier auch das gleich schön verdecken können So, ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich komme, ich komme, ich komme, ich bin da, oah Schön, das war sensationell Oh, da haben wir schon was geschafft, ey So, jetzt bekomme ich die Strom drumherum Hier setzt man wieder Kabel hin Ah, das genügt, das genügt, das genügt Oh geil, guck mal wie viel, wie schnell die Strom kriegt da auch Ja, das ist ja Bildkraftenergie, da haben wir ja ein bisschen mehr Warte mal, mal gucken, hier wollen wir auch noch mal ein paar Engines werden machen Fängt an der zu sagen, hier brauchen wir auf jeden Fall Engines, ne? So Füllt sich schön Was haben wir hier? Hast du Basic-Löst, die bleiben noch mit? Äh, nicht wohl welche Die brauchen wir ja auch noch, du Vollpfosten Oder wo machen wir denn das hin, dann bis nach unten, oder? Wo wollen wir denn dann mit dem Kabel auffahren? Ja, wir müssen ja Warte mal, ich muss ja jetzt erstmal auf die Kisten die Provider drauf packen Genau, überall eine Provider drauf klatschen Die verbinden sich dann hier alle Und dann fahren wir hier nach hinten Jetzt habe ich aber noch eine für was Ja, die gehört ja unten, die gehört unten, 2 Cent Ach so, ja Jetzt haben wir hier Unsang drin Ja, ist ja egal Er nimmt eh nur das, was er braucht Mach doch hier, mach doch Basic-Logistik Geh doch schneller, wenn du hier noch eine zwischenknallst Nee, warte, da muss eh eine hin Da muss eine Basic-Listik bleiben hin Ja, weil jetzt nämlich eine Great Service Genau, ja Falsch Genau, jetzt müssen wir hier raus So, passt, jetzt haben wir hier Genau, Basic und jetzt wie fahren wir hier rein? Von unten oder von oben, oder? Äh, ich würde sagen Wir fahren Ja, auf alle Fälle hier mal zwei Supplier-Bibs auf der Rückseite, würde ich sagen, oder? Machen wir hier zwei hin Einmal ein bisschen Sand rein, da müssen wir anders konfigurieren Sand muss da rein und da muss das rein und da muss das rein und das mal so Das nämlich alles So, unten ist grün, passt Da muss oben gelb Machen wir mal alles andere Machen wir mal alles andere Ja, den machen wir mal alles andere zu, dass er Nee Der muss oben rein, dass passt Und raus Der muss auch wieder raus gezogen sein Ja, raus müssen wir schauen, wohin Wir müssen eigentlich theoretisch Eine zweite Pipe-Line haben Weil wir müssen ja genau hier, wo die Quelle rein gibt, die Items rein Da ist ja unser Input Oder hier unten Hier ist unser Input Da müssen wir nochmal rein, also noch eine Pipe legen Na, dann legen wir hier doch noch eine Wollen wir das auch machen? Ja, klar Was? Oder? Nee, 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 nix Da kommt nix mit Logistik-Pipe Das ist nur Hier gehört eine Eisen-Pipe hin Warten, ich hole ne alle Du mach mal den Weg frei Bis zum Ofen Wir machen den Weg frei Mach mal den Weg frei, ne? Buddel dich mal durch Ja, ist natürlich auch schon echt ganz schön spät Ganz schön Ja, Mitternacht Was willst du erwarten? Solche Aufnahmen finden natürlich immer mit Mitternacht statt, gell? Ja, ich weiß nicht warum, aber ist so Ist ne Krankheit oder so So, hier machen wir das Blühen, Orange Blühen, ist von... Ah, dann machen wir mal Ja, wo fahren wir raus? Auf der Seite, oder am besten? Hier, ja klar Hast du das schon richtig gemacht, oder? Ja, ja Alles nach Teil aus Gut, und so So müsste eigentlich schon passen Wenn wir hier als Testzweck einmal einfach Ein Steiner... äh, Cavillstone rein, dann und dann bisher Sand, der sich hier unten verpisst Ne, doch nicht der Daumen Cavillstone Ich glaub, Cavillstone Auch durchschmelzen, oder? Ne, macht er nicht Versuchen wir mal was anderes Hohle mal ein Herz Ja Hohle ich schon Und wenn er das auch wirklich rausschmeißt auf der Seite Müsste ja Ja, ach da passt Das sollten zwei sein, ja Genau Ja, aber das ist ja am Anfang lang So, dann kommt bei der unteren Logistik Basic Pipe Kommt gleich mal Supplier Pipe Ne, die müssen wir erst noch verbinden mit dem System da drüben Oh, will ich ja, gleich Können wir hier runter? Ne, wir können nicht hier runter Ja, wir können ja Covers drüber machen Kannst den Boden verlegen und wir machen Covers drüber Warte mal Ah, wir machen's einfach so Würd ich sagen So Ne, leg's in den Boden rein Einfach in den Boden, dann können wir Covers drüber machen Dann schaut's aus wie Boden Wir haben ja da drüben noch Covers, glaube ich Die, was ich mal produziert habe Ne, du hast sie ins Lager geschmissen Wenn wir dann oben schauen Ja, da hab ich sie ins Lager geschmissen Einfach eins nach unten, genauso weg Du brauchst doch jetzt nicht alles Basic warten Ich hab da noch Stone Pipes und so Ich hab Covers da hab ich hier Was machst du denn? Ich will da noch Gold Pipes mit einbauen Dann geht's schneller Dann geht's schneller So Hier muss doch wieder auf die Kreuz Ach ne, ist keine Kreuz So, und jetzt holt er schon Sand Weil ich schon gesagt habe, dass wir hier Sand rein tun 60 Stück Guck Naja das ist Logistik Hier haben wir einfach gesagt Supplier Pipe ist dafür zuständig Immer 60 Sand Auf Platz zu haben Das heißt nehm ich jetzt die Hälfte raus Zack Guck, weil dann dauert es nur einen kurzen Moment Zack Auch seht ihr hier rechts den Sand anfühlt Zack Ist er wieder da Genau, oder wenn ich hier oben dann sag Bei Wohele Es soll immer zum Beispiel 31 Eisen drin sein Da sind 31 Eisen drin Genau Jetzt kommen die Eisen angeflitzt Und immer 31 Dann Ne Ne, nicht wirklich Ja doch jetzt Ja das dauert noch ein bisschen immer Weil er immer neuere ladet Ja weil er die wieder hier unten rein zieht Genau Jetzt macht er so rein Zack 31 Hier wird die ganze Zeit schön geschmolzen Ich würd sagen wir machen immer so 10 Stück das reicht 10 von jedem 10 von denen 10 von denen Ich würd sagen jetzt am besten Einfach hier das Erz rein tun 10 Stück Ich würd sagen Leute ich geh mal rum und hol mal von jedem einen Erz raus oder? Ja warte nimm du mal Kupfer ich nehm 10 weil wir können ja zu 2 zugreifen auf Ja genau dann nehm ich Kupfer Ich den Ich den Ich hab 3 10 Oder haben wir 4 verschiedene Ich hab 10 oder 3 verschiedene, schade Dann haben wir noch Gold Was haben wir noch an Erzen? Hier wird auch Silber Äh Aluminium kann man nicht durchschmerzen ne Silber haben wir 1 Gold, Iron, Hammer schon Ja Äh Ich nehm noch Lead Ferus Geht Die Ferus müsste aufgehen oder? Was geht denn noch? Tungsten brauchen wir nicht Iron, Hammer, Lead, Hammer, Monazid brauchen wir nicht Silber, Zinn, Hammer, Gold, Hammer, Ferus, Hammer, Kupfer, 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 Aluminium, Hammer Ja Das sind jetzt wieviel verschiedene Das wird sich nicht ausgehen mit einer Pipe Äh nicht da Alles höher Ah doch Wieviel hast du? Keine Ahnung ich tue jetzt einfach mal rein da Warte ich mal bis du rein getan hast damit ich gucken kann Ne das wird sich nicht ausgehen so eines habe ich noch Wenn sofern muss ich erstmal testen ob das geht überhaupt Dass man hier Ferus rein packt Ferus auch durchschmerzt ja schmerzt dadurch passt Dann tue ich schon mal einen Kupfer hier rein Zehn Stöck auch So Und ne zweite so bei der Pipe auf der Seite herangeklatscht Deswegen haben wir extra 2 genommen damit wir sagen können ok Genau Dass wir auch wirklich alle Erze schön drin haben Äh ich hab das eh von Ne das passt schon oder? Um in der Pipe ja Schaut komisch aus weil in der Pipe und unten genau dasselbe drin ist Ne hier sind 20 Zinn drin hier unten Weiße klar die werden doch rausgeschmissen hier hinten Wir sind doof Weil die passen doch gar nicht mehr rein Weil wenn der Relay voll ist ist er voll Weiß also den zweiten Relay bauen wir noch Wir brauchen noch eine zweite Wiele oben drauf und dann befüllen wir beide Wiele ist einfach fertig Warte mal hier ist doch ein ganz anderes Kupfer drin wie mir hier drin angezeigt wird Warum sind denn hier zwei Kupfer denn? Wenn da aber nur Eisen, Gold, Zinn Das Eisen fehlt hier oben Ne ist drin Hier ist nur ein Kupfer jetzt drin Ja was fehlt denn hier fehlt doch irgendwas Zinn dreimal Zinn dreimal Zinn ist nur Ah Du hast zweimal das selbe Zinn reingemacht meine Freund Zinn Ah ok ja passt schon 246 Dann haben wir nur zwei verschiedene Zinsorten Echt? Ok Können wir noch die 247 am Kupfer rein tun Ja wir brauchen ja trotzdem einen zweiten Wiele Das muss eins höher noch Ja Wie viel Zeit haben wir denn noch? Haben wir noch Zeit? Haben wir keine Zeit mehr? Haben wir noch? Zweieinhalb Minuten noch Zweieinhalb Minuten ja dann Vielleicht machen sie schon wieder nur Blödsinn Ja dann bauen wir noch einen Willi Ja genau Würde ich sagen den Willi bauen wir einfach noch oben drauf dann und zeigen euch das einfach in der nächsten Folge wie wir das gemacht haben Also wie wir das angeschlossen haben dann oder wollen wir den jetzt noch schnell machen Dann hauen wir ihn noch auf oder? Na ja gut komm Hast du noch die R-10-Elemente da dann hauen wir dann mal die Pipe weg da oben Zack Bam So Will ich auch meine die ich rausgenommen habe habe ich schon Ja Wird schon passen Dann haue ich meine Item hier mal rein Hörstest du mal schnell den Willi oder? Mach du mal das Red Top Bafer Das brauchen wir nämlich Das haben wir nämlich nicht mehr Das geht Na warte Wie geht denn das? Red So Wie hat man die Dinger Ne? Braucht denn manchmal Kay Wenn man sagt was wie das aussieht Ah da ist OK Silicon waver an Vertizen So hier brauchen wir auch ein Piston Piston haben wir So den haben wir hier 바� voter barn vitam Rock ein Redstone Silver Gold Sepp Haben wir den Machen wir das nur schnell rein, damit es ausgeht. Ich bin jetzt schon fertig. Ich auch gleich. Warten wir's. Komm gleich, komm gleich, komm gleich, komm gleich, komm gleich. Ich hab gleich, ja. Ich hab wieder falsch gemacht hier. Und, oah, fertig. Du auch fertig? Ja, musst du einfach hier rein tun. Dann sind wir zur selben Zeit fertig, ey. Das ist ja mal ganz was Neues. Den zweiten, genau. So. Hast du den Relay schon rausgenommen? Ne. Ich hab nur reingestockt. Oh. Relay? Relay? Ja, aber ist auch dumm, auch dumm, auch dumm, auch dumm. Franz Ferdinand. Ja genau, weil der schickt das ja in den nächsten, ey. Sag ja, die Uhrzeit, ey. Diese Uhrzeit, boah. Da noch aufnehmen, das ist immer radisch. Ja. Ja, weißt du wie wir das ganz machen? Wir machen einfach einen zweiten Induktionsschmelzer hierhin und fertig. Genau. Das müssen wir mal aufleinen. Einfach die Wehle hierhin an den zweiten Induktionsschmelzer, gleiche Bauweise wie hier und fertig. Punkt. Genau, so machen wir's. Punkt, Komma und Aus. Jo, das, dann müssen wir bescheiden, haben wir jetzt schon alles gecraftet dafür. Genau. Haben wir den Induktionsschmelzer, stellen wir dann hierhin. Wie wir das aufgebaut haben, zeigen wir euch einfach in den nächsten Folgen. Genau. Gut. Gut. Dann muss ich sagen. Was ist das? Was ist das für heute? Take it easy. Und wie immer, take it easy. Genau. Take it easy. Stay tuned. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.